So meine Freunde, jetzt kommen wir wieder zu einem schönen Gegenstands-Shop. Wisst ihr Bescheid? Heute ist dabei der bissiger Taucher, kleiner Member, Wolkenschlag, Schaltkreiskiller, taktischer Spaten, am Wasser gebaut, Schnorchel und wahres Herz. So, fangen wir mit dem bissiger Taucher an. Das ist der hier. Ist nicht so meine Welt, gefällt mir auch nicht wirklich. Highflos ist auch nicht so wirklich nett. Das Ding sieht natürlich richtig geil aus. Würde ich mir auf jeden Fall holen, aber da fehlt's Geld. So, dann Wolkenschlag. Die hier gefallen mir überhaupt nicht. Das muss ich gleich dazu sagen. Ne, fällt mir auch nicht. Schnorchel. Auch nicht. Ja, ist auch nicht meine Welt. Das Spaten sieht auch komisch aus. Das habe ich mir geholt, weil ich es cool finde. Gut Leute, wisst ihr Bescheid? Also bis später. Euer BitbullTV. Ciao, ciao meine Freunde. Das Mal. Da wo bist du?